Die neue Entwicklung ist ausgewöhnt oder überwöhnt. Das ist oft nur eine Fiktion, aber es ist eine ziemlich weit verbreitete. Zu fragen wäre also, kann der Nationalstaat auch weiterhin das Bedürfnis der Menschen nach einer kulturell, geschichtlich und sprachlich bestimmten Gemeinschaft befriedigen? Und das ist eine gute und eine echte Frage, die wir uns zu stellen haben. Das ist die Frage, die wir uns zu stellen haben. Da geht's. Untertitelung des ZDF, 2020